Hallo Drio, hier ist der Zweikampfsofa, wir spielen Neverwinter, mit mir der Snorks, ich bin der Smirk. Wir wollen euch zeigen, wie ein paar Titel zu erlangen sind in der Maze Engine Kampagne. In diesem Fall geht es in die Kapitel 8. Fordert den Fels zurück. Fordert den Fels zurück. Was wollen wir machen? Es geht um zwei Titel, die heißen Halblingsarme Diät, was übrigens ein cooler Titel ist. Ein unverrückbarer Berg und da müssen wir eigentlich was machen, was wir ganz selten tun, wir müssen Leute umbringen. Oh, das kann ich, das kann ich sehr gut. Ja, wir müssen einfach hier durch. Also die zählen jetzt nicht, das sind einfach nur die Maze, die sind so durch. An dieser Stelle könnt ihr euch entscheiden, links und rechts zu laufen oder geradeaus. Hier rennen wir in diesem Fall rechts lang, da stehen so ein paar Erdelementare rum, also die Erdklopper. Und das ist jetzt nicht so schwer, die muss man einmal ins Jenseits verabschieden und schon gibt es diesen Titel, den habe ich aber schon gehabt. Das ist halt der unverrückbare Berg, gibt es hier. Okay. Und jetzt rennen wir einmal zurück zu dem Tor, wo wir gerade waren und dann rennen wir quasi geradeaus, also in diese Richtung. Und da sind ein paar Halblinge, die bedroht werden von so Landhain. Und die Halblinge wollen nämlich gegessen werden und das verhindern wir ein. Nein, die wollen nicht gegessen werden. Also von Landhai gegessen werden. Ja, und das ist die Halblingsarme Diät, das ist der andere Titel und das war schon ziemlich schnell. Okay, dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.